Spinnenweben? Und Süßigkeiten? Aber natürlich, es ist Halloween. Sieht so aus, als gäbe es eine Party. Großartiges Kostüm, Steve. Aber du bist ein bisschen zu früh. Du konntest nicht mehr warten? Hey, Klein Steve. Pass auf, wo du langfährst. Oh. Hallo, Troy. Du bist aber ganz schön früh. Du wolltest beim Vorbereiten helfen? Das ist aber nett. Klein Steve hat die Kürbisse plattgewalzt. Und wir müssen neue holen, bevor die Party anfängt. Fehlt dir jemand ein, der helfen kann? Sieht so aus, als hättest du Glück, kleines Kaninchen. Hallo, Teddy. Es gab einen Kürbis-Vorfall in Car City. Komm runter, dann erklären wir es dir. Troy braucht jemanden, der uns eine Lastwagenladung voller Kürbisse besorgen kann. Du hast genau den richtigen für diese Aufgabe? Großartig! Hast du gefunden, wen du suchst? Ein Traktor. Aber natürlich, das ist perfekt. Wobei machst du! こちら ist etwas hartes. Okay, wir haben uns auch ein 달라. Sobald die Kürbisse muss man mit seiner Reaktion mit der Länge zu helfen. Ja, wir Lubbisse sind zu helfen, also zarentnen, also zu helfen. Und dann muss er die Kürbisse absch'den. Du hast da! Sobald die Kürbisse ist, was ihr denn? Und dann sollt ihr nicht mehr names lassen. Und dann sollt ihr keine Kürbisse sein lassen. Und dann ist er so schön. Und dann kannst du dann sagen. Und dann will ich ein paar Kürbisse. Und dann geht's mit dem Kürbisse. Die Kürbisse hat mir wissen, was ihr auch nicht. Durch das Kürbisse hat mich aus ungefähr. Okay, wir sind alle bereit, ein paar Kürbisse einzusammeln. Warte mal kurz, Teddy möchte noch etwas. Ach, er wollte dir nur kurz das Gesicht waschen. Vielen Dank für alles, Teddy. Das machst du gut, Klein Steve. Wenn wir jetzt noch die Kürbisse ersetzen können, dann sieht es aus, als wäre nichts passiert. Du hast recht, Roy. Die Party fängt gleich an. Wir packen besser schnell unseren neuen Freund aus. Das ist sowas von cool. Hallo Traktor, wie ist dein Name? Toll, dich kennenzulernen, Ben. Wir brauchen einen starken Kerl wie dich, der uns von irgendwo ein paar frische Kürbisse besorgen kann. Schaffst du das? Du räumst hier besser in der Zwischenzeit weiter auf, Klein Steve. Wie gut, dass Ben so helle Traktoren-Scheinwerfer hat. Und wie gut, dass er einen so schweren Anhänger ziehen kann. Und hier kommt er mit den Kürbissen, genau rechtzeitig für die Party. Hallo, Lilly, die Magierin. Zeigst du uns einen Trick? Oh. Hm? Oh. Hey. Oh. Wow. Wow. Jetzt sind wir fertig für die Party. Vielen Dank, dass du Ben vorbeigebracht hast, Troy. Er war fantastisch. Jetzt muss er aber zurück ins Lagerhaus, bevor die richtigen Gespenster und Ghule herauskommen. Bis zum nächsten Mal, Troy. Fröhliches Halloween. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Sieht so aus, als würde heute ein toller Tag werden. Oh nein, Troy. Das Gebäude brennt. Du hast recht, Troy. Wir müssen so schnell wie möglich nach Car City fahren und einen Freund um Hilfe bitten. Beeilung. Wir brauchen schnell einen neuen Freund, Troy. Welcher könnte helfen, ein Feuer zu löschen, Troy? Was sind so schnell, beim Gebur zu hören? Wir brauchen schnell die Hitlerung. Wir brauchen noch einen neuen Freund. Wir brauchen jetzt die Winter. Musik We brauchen noch eine ganze Zeit. Wow, Troy! Gleich bist du soweit! Alles klar, Troy! Auf geht's! Als erstes müssen die Einzelteile ausgeladen werden. Haben wir nicht etwas vergessen, Troy? Aber natürlich, Troy! Wir brauchen einen Schlauch! Fantastisch, Troy! Das Feuerwehrauto nimmt Formen an! Hallo, Feuerwehrauto! Wir sind froh, dass du da bist! Wie ist dein Name? Frank? Willkommen in Car City, Frank! Troy, Franks Aufgabe ist es, Feuer zu löschen. Er ist sehr wichtig! Frank, wir haben eine Aufgabe für dich. Da ist ein Feuer in Car City und du musst es löschen. Beheilung! Auf geht's! Meinst du, du kannst den Brand löschen und das Gebäude retten? Benutze deinen Schlauch, um das Feuer zu löschen. Großartige Arbeit, Frank! Das Feuer ist schon fast gelöscht! Beheilung! Hinter dem Fenster sind immer noch Flammen, Frank! Wow! Großartige Arbeit, Frank! Das hast du wirklich toll gemacht! Tschüss, Freunde! Bis zum nächsten Mal! TROY, der Zug! TROY, der Zug! TROY, der Zug! TROY, der Zug! Hast du Spaß heute? TROY, der Zug! Hey Troy, was ist denn das da drüben? Du hast recht, Troy! Warum liegt denn da ein Container? Gute Idee, Troy. Bringen wir den Container zurück zum Bahnhof und schauen mal nach, was drin ist. Großartig. Na dann, auf geht's. Hier sind wir auch schon, Troy. Als erstes laden wir die Einzelteile aus. Sei vorsichtig, Troy. Der Container ist ziemlich beschädigt und wir wollen ja nicht kaputt machen, was drin ist. Wow, Troy. Das ist ein Fahrzeug. Da sind ja so viele Teile. Was für ein Fahrzeug könnte das sein? Was ist denn, Troy? Du hast recht, Troy. Wir werden nie herausfinden, was das für ein Fahrzeug ist, wenn wir es nicht zusammenbauen. Oh. 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 Hallo, Fahrzeug. Wer bist du? Karl? Was ist mit dir passiert, Karl? Warum bist du hier? Wirklich? Das ist fantastisch. Troy, Karl wurde hierher geschickt, um allen Einwohnern von Car City zu helfen. Aber warte mal, Troy. Da ist noch mehr. Karl kann sich in jedes mögliche Fahrzeug verwandeln. Troy, warum zeigst du Karl nicht die Stadt? Oh Mann, Troy. Hector scheint es ziemlich eilig zu sein. Was ist denn los, Matt? Oh Junge, da ist ein Feuer in der Stadt. Frank, das Feuerwehrauto braucht Hilfe, um es zu löschen. Großartige Idee, Karl. Benutze deine Fähigkeiten und hilf Frank, das Feuer zu löschen. Wow, Karl. Das ist fantastisch. Nicht wahr, Troy? Richtig, Carl. Wir müssen uns beeilen. Lass uns das Feuer löschen. Hey, Jungs. Troy ist auf dem Weg hierher und er hat Hilfe dabei. Das ist Supertruck, Freunde. Supertruck kann sich in jedes mögliche Fahrzeug verwandeln, um den Einwohnern von Car City zu helfen. Supertruck, kannst du Frank bitte helfen, das Feuer zu löschen? Wow, Jungs, das ist echt beeindruckend. Großartige Arbeit, Supertruck. Großartige Arbeit, Frank. Und du hast das auch toll gemacht, Troy. Vielen Dank, dass du, Carl, der ich meine, Supertruck nach Car City gebracht hast. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Fröhliches Halloween. Mir gefällt dein Kostüm. Hallo, ihr Kleinen. Warum habt ihr denn keinen Spaß? Oh nein, im ganzen Ort gibt es keine Süßigkeiten mehr? Du hast recht, Troy. Wir müssen ganz schnell zum Lagerhaus und ein neues Fahrzeug holen, das Süßigkeiten hat und Halloween rettet. Keine Sorge, wir sind bald zurück. Alles klar, dann treffen wir mal unseren neuesten Freund. Welches Fahrzeug kann Halloween für die kleinen Autos retten? Ein Traktor? Ein Krankenwagen? Ein Süßigkeiten-Auto? Großartige Idee. Ein Süßigkeiten-Auto ist genau das, was wir brauchen. Hier kommt es auch schon. Dann mal schnell mit dem Süßigkeiten-Auto zurück zum Spielplatz. Als erstes müssen wir die Teile ausladen. Wow, fast fertig. Hallo Süßigkeiten-Auto. Wie ist dein Name? Willkommen in Car City, Carry. Carry, wir haben eine wichtige Aufgabe für dich. Es ist Halloween und in Car City gibt es keine Süßigkeiten. Kannst du den kleinen Autos Süßigkeiten bringen? Großartig. Dann retten wir Halloween. Hallo ihr Kleinen. Hier ist unsere neue Freundin Carry, das Süßigkeiten-Auto. Wollt ihr sehen, was sie kann? Das ist fantastisch, Carry. Hallo, wie geht's euch, Jungs? Carry, die Erwachsenen sind traurig, weil sie Halloween verpasst haben. Wie wär's, wenn sie auch ein paar Süßigkeiten bekommen? Toll, das ist großartig. Jetzt haben wir jede Menge Süßigkeiten. Fröhliches Halloween. Bis zum nächsten Mal.